Der Start angesetzt. Also, das sieht gut aus. Mit dem Start hier im Turnier. Jawohl. Also, HF, good luck wird geschrieben. Wir bleiben auf der Map.de, das 2. Und damit geht's los. Und es gibt auch keine Knife Rounds, sondern Münzwurf und Liga Chris J, Tapsen, Tizian. Sofort Richtung B unterwegs. Boah, KD hat da sofort den Shop gefangen. Tapsen, Tapsen, Existence steht und Tizian alleine. Und da sind schon überall die Titels. Cutters kommt auch und NBK aus den Cutters den Frack gesetzt. Also, schnelle Runde. Ja, Existence war da ein bisschen glücklich und jetzt sofort ein PC-Crash bei Maus. Das geht natürlich ungünstig los. Ja, Pause ist auch schon drin. Ja, ja. Das wurde sofort gecallt. So, jetzt ist die Frage, wer da gecrasht ist bei den Jungs von Maus. Tja, das geht natürlich direkt bitterlos. Der Liga ist auf jeden Fall schon mal nicht, der bewegt sich noch. Naja, das sieht für mich nach Tapsen aus fast. Nee, Tapsen bewegt sich auch gerade. So, Chris J fragt, ob komplett restartet wird. Also, es gab ja mal die Regeln in Anfangszeiten. NBK schreibt auch, let's check the rules. Da wurde immer geschrieben, wenn ein PC-Crash innerhalb der ersten fünf Runden passiert, dann wird das Match komplett neu gestartet. Fünf Runden sogar. Ja. Also, gab es mal diese Regel. Legia schreibt, my PC freezed. Ja. Ja.